Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen, ja willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die Xbox Live, okay, äh, was, nein, willkommen zurück zu Minecraft Staffel 3 oder S3, äh, äh, so. So, ich nehme mal wieder anders auf und endlich geht es weiter, ihr freut euch, ich freue mich, so, doch, ihr wisst ja, dass ich mein altes Minecraft Profil nicht hab, aus der Welt, ähm, und deswegen sagen wir einfach, wir sind jetzt umgezogen in Minecraft, so, und wir, äh, erstellen uns jetzt mal eine neue Welt, und diese Welt heißt, Sie heißt, wie heißt es bitte? Stromi, nein. Wir nennen sie einfach mal 2016. So. Spielmodus, überleben natürlich. Schwierigkeitsgrad leicht haben wir mal zu lassen. Das Picture Pack, ähm, Da hatten wir das, hatten wir ja schon. Ich möchte mal das, dieses hier, das Picture Pack Natur. Das möchte ich mal haben. Und dann spiel's aus. Ja, den Sieb, da kann man alles mögliche eingeben. Ihr wisst das ja, wir geben jetzt mal keine Zahlen ein, sondern wir geben, ja, wir geben einfach mal ein Strohli ein. Strohli, ja. Strukturen erzeugen, natürlich, Bonusdroh, lassen wir diesmal aus. Das ist verflach, den Betraut, aber er prägt sich aus. Und dann, die Hostdinger lassen wir weg. Ja, das ist ja alles so gut, okay, dann erstellen wir uns mal eine neue Welt. Oh, ja, das sieht doch schon mal schön aus. Es gibt ja jetzt auch Minecraft für die Views. Also wie denn hier? Auf einem riesigen Berg. Oh, die Welt muss ich erst mal generieren. Und, ah ja, ich hab jetzt auch einen anderen Skin, äh, für, aber nur jetzt für Dezember. Wir haben jetzt hier einen Weihnachtstief. Und wir haben ja schon von Anfang an eine Karte. Wo sind wir denn? Was? Okay, wir gehen mal nach da. Da ist ja gar nichts. Wo bin ich hier? Hilfe! Au! Da ist Land! Aber ich glaube, das ist nur das da. Da hinten ist was. Da! Kleine Insel! Ich will ja da hin. Kann das sein, dass die ganzen Löps nur aus Wasser besteht? Okay, nee, so eine Welt möchte ich natürlich nicht. Einfach in mir ist gerade noch eine Welt. Löschen. Die benennen wir auch Zeitung 16. Überleben leicht. Da sind wir noch nicht vor. Den Seed. Machen wir mal 331. Nein, wie war denn der von Banjoke Seed? 312, 111. Aber ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo angewendet. Das ist so, das soll alles so sein. Und hier habe ich auch nichts. So, was anderes habe ich alles schon eingestellt. Okay, dann starten wir jetzt mal die neue Welt. Ja, was ist da hier? Aha, das sieht doch schon mal besser aus. Und warum lande ich bitte? Okay, hier haben wir schon direkt die Schlucht gefunden. Und da haben wir sogar eine Höhle. Hier auch. Das ist keine Höhle. Hallo? Hallo? Ja, das ist so eine kleine Höhle. Sagen wir einfach so süß, unsere Anfangshöhle. Und das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und hier sind erstmal Schafe. Natürlich brauchen wir drei Schafe, um in seinem Bett zu werfen. Also drei Wolle, um auf sie es zu kommen. Ja, hier können wir uns auch niederlassen, oder? Ich möchte irgendwie ein Dorf finden. Ich möchte mich nicht beim Dorf niederlassen. So, aber ich schenke denen noch ein paar Blumen, so. Hier, ich schreibe meine Blumen ab. So, schenke ich denen. Da sind auch noch Schafe. Hier sind doch viele Schafe. Hey, bleib' drauf. So, wir schreiten. Äh, wir bemerken das Schafe. Gras, ganz genau. So, dann haben wir schon mal... Ich möchte auch irgendwo hin, wo es Bäume gibt, da hinten. So. So. Da ist ein Dschungel, aber ich will nicht schon wieder am Dschungel wohnen. Da hinten ist ein Dorf. Da ziehen wir hin. Also ziehen wir doch zu den Dschungel. Dann haben wir hier auch einen Wald. Der sieht auch ziemlich schön aus. Ein... Hier ist unser Rudi. Hi Rudi. Und er auch. Warte Rudi, wir retten dich bald. Dann schlagen wir erstmal mit Gras einen Baumstuhl kaputt. Und sehen wir dann einen schwebenden Baum. So. Das reicht erstmal. Setz raus. Können wir uns jetzt Holz bauen. Und... Und... Ich hab' Hunger. So, wir rennen jetzt erstmal zu dem Dorf da hinten. Hier ist auch Zuckerrohr. Oder Bambus. Aus dem kann man, ähm, Papier gewinnen. Und es sieht hier doch eigentlich genauso aus wie bei uns. Oder? So. Dann bauen wir unser Haus da hinten irgendwo. Hier können wir unser Haus irgendwo hinbauen. Hier haben wir eine große Flasch. Dann zählt das hier zu unserem Dorf. Das ist ja unser kleines Dorf. So. Oh, hallo? Ich möchte natürlich nichts kaputt machen. Hier haben wir auch so einen Aussichtsturm. Ich bringe jetzt aufs Dach. Wuhi! Auf. Das sind doch fackeln. Äh, wer seid ihr denn? Hallo? Was müsst ihr denn? Aha. So. Ist alles voll. Und hier haben wir Weizen. Das sieht doch lecker aus. Okay, wir suchen uns... Was ist das denn? Wir suchen uns jetzt erstmal ein kleines Häuschen, wo wir drin wohnen. Nein, sowas möchte ich nicht. Hü! Wie kommt man denn hier bitte? Achso. So ein Haus möchte ich. Ui, da wohnen aber viele Leute. Ich weiß nicht nur, wie man hier reinkommt. Okay, hier ist ein Haus in der Erde drin. Fällt euch das auf? Ich kann ja hier einfach... Hü! Hier kommt alles nach Dach. Oh, danke. Sag mal, wie kommt ihr eigentlich hier raus? Wisst ihr das? Habt ihr überhaupt noch hier? Oh! Okay, dann bauen wir das hier erstmal ab, damit es dort wohl überhaupt noch rauskommt. Und hier natürlich auch. Oder ich merke mir ganz einfach, wie das Haus aussah. Und dann baue ich das hier oben nochmal drinnen. So, und erstmal... Oder hier. Da können wir auch rein. Ja, hier möchte ich leben. So, hey, das ist mein Haus. Raus hier, hey! So, hier haben wir so eine schöne Karasse. So, hier wohn ich jetzt erstmal. Kannst du bitte mal aufhören, mit dieser Tür hier zu klappern? Ich häng die Tür gleich aus. Ich hab Hunger. Was isst die denn hier so? Hallo? Rot. Okay, so, äh, hier hat... Guck mal, hier hast du die Blume. Hab ich extra für dich geflückt. Kann ich leider nicht hier hübschen. So, ähm, und zwar müssen wir uns jetzt erstmal eine Werkbahn craften. Die stellen wir jetzt hier irgendwo in unser Haus rein. So, hier hin. Und hier haben wir dann viel mehr Auswahl. Dann machen wir mal ein Bett. Das stellen wir dann mal hier draußen auf die Terrasse. Das Bett könnte man eigentlich hinstellen. Das Bett stellen wir jetzt mal da hin, so. So, ähm, und dann bin ich mal auf die Suche nach Essen. Hallo? So, nein, erstmal reiß ich hier ein bisschen paar Blumen ab, damit ich weiß, welches Haus mir ist. Ich stelle mich dann vor mein Haus. Dann weiß ich, welches Haus mir ist. Ich kann mich hier gar nicht hinplatzieren. Okay, dann bloß hier, dass du halt hier hin. So, das ist mein Haus. So, dann gehen wir da irgendwo hin. Hallo, Schaf. Gehen wir mal Schweine suchen oder Kühe. Natürlich haben wir hier überhaupt nichts. Aber hier haben wir wenigstens noch Zuckerrohr. So, ich laufe mal ein bisschen herum. Wir werden wahrscheinlich irgendwo noch Essen finden. So, oder ich gehe hier einfach zu den... Ich sehe jetzt kein einziges Schwein. Das heißt, wir rennen mal wieder zurück. Und querten uns einfach aus dem Weizen etwa. Ich kann nicht mehr rennen. A-M-K-Ku. ... ... Ah, eine Kuh. Ich sehe hier keine... Oh! Ja, NEIN! Eine Tierfalle. Nein, es ist... Ja, es ist eine Tierfalle. Man kann es als Tierfalle bezeichnen. Aber wir sagen, es ist ein kleiner Durchgang. So, und ich muss ganz schnell wieder nach Hause. Ich muss nach Hause! Essen holen! Achso, ich kann das doch essen! So. So, und ich kann schon wieder rennen. So, dann ernten wir hier mal die Weizen. Wir pflanzen wieder neue Seeds an. Da ist nichts! Gut! Dann haben wir hier Karotten! Die kann man auch essen. Dann haben wir noch Weizen. Da lief was im Wasser. Auch noch Weizen. Man hier ist aber wirklich jung. Eine Kuh! Ich höre mein Essen! Da! Hallo Kuh! Alles Kuh? Oh! 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 So, hier haben wir Kartoffeln! Moment, war ich noch fertig? Hey, was machst du da hinten auf meinem Dach? Es wird so langsam dunkel. So. So, okay, das lassen wir mal da. Ich möchte jetzt nur zu den Kartoffeln. Wo sind die? Moment, das hier sind doch... Nein, das sind Kartoffeln. Ja, das ist ja auch so. So, wir haben ja schon ein Bett. Da, dann nehme ich die Karotten noch gerne. Aber das sind auch Kartoffeln, die sind ja aus wie Karotten. es wird immer dunkler was war hier hier war auch noch Weizen habe ich hier oben jetzt neue gepflanzt das ist mein Haus das ist mein Haus hey was macht ihr hier alle geht aus meinem Haus raus geht raus hier ihr habt ihr nichts verloren was willst du bitteschön du willst 19 Weizen für den Smaragd ok und was willst du die wollen doch alle die Smaragde aber jetzt nur für Pfeile und jetzt das für den Smaragd und ein Smaragd für 3 Brot das kann ich mir auch selber quack das ist ein Smaragd für 4 Brot ok das habe ich kein Smaragd mehr ich habe eine giftige Kartoffel die könnte ich selber fressen die brauche ich nicht das kann jetzt hier so gut abfallen ein Huhn so wir müssen uns hier von Kuiper und allen schützen natürlich kommen alle hier in mein Haus rein hallo hu ja hey lass mein Haus in Ruhe lass mich in Frieden geh weg geh weg geh weg geh weg hey hab kein Schwert stirb 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 so warum kommen hier solche irren Leute rein ha Leute sag mir das was macht ihr alle in mein Haus geht raus hier ok wir schlafen erstmal lass doch mal die Tür zu lass doch mal die Tür zu lass doch mal die Tür zu fängt die Tür jetzt aus so ah schönes Strolli Land so ihr seid jetzt zufrieden ey geh doch mal hier weg ich werfe mir jetzt ein was habt ihr denn jetzt für eine Tür hier lass mich hier raus jetzt macht ihr alle in mein Haus so hier scheint ja nichts zu sein hey hey geh weg was wollt ihr alle hier wir quacken uns jetzt Stücke hier da draus kommen wir jetzt Rüstung quacken und Axt und hier hier unser Brot das machen wir mal so dann haben wir Brot 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 da dann können wir nichts machen das wollt ihr alle hier verschwinden verschwinden aus meinem Haus ich muss was essen gut so dann gehen wir doch jetzt mal auf Wandershop so und hinsen jetzt mal diese ganzen Viecher die hier andauernd in mein Haus reingehen hey wer bist du denn ja du siehst tut mir leid Leute ich hab's nicht gesehen ich hab jetzt alles verpasst so ich hab jetzt die Dorfbewohner getötet manche die hier in meinem Haus waren und alle anderen hab ich hier runtergetrieben die können hier alle jetzt in diesem Haus hier verwecken ne oder auf dem Balkon oh oh nein weg du kommst nicht raus du kommst nicht mehr raus was machst du hier ich suche Erde so und ich baue euch ganz einfach zu so ähm gut dann baue ich hier seht euch das alles an ein Schwein bleibt hier mein Futter oh so was machst du denn ich hab ein Verzaubert in den Oben geguckt so dann bauen wir dieses Haus hier mal ab das braucht keiner dann wird auch mein Haus draußen er kommt einfach vor Dach und ja so dass es aus wie der Fall fällt die Lauf wie dasç jetzt sehen wir uns das nächste Mal wieder watswatswatswats watswatswats watswats ein Schwein ne das ist scharf wo ist die Kuh? sagst du wats 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 ich hab doch ich hab Knochen Rudi wo bist du? da ist aber eine Kuh wir müssen ja jetzt nicht übertreiben so wo sind wir denn hier? ist das überhaupt jetzt der richtige Wald? wo war ich denn eben? ich bin von da hinten gleich gekommen ähm aber hier müssen doch auch irgendwo Fischer sein, oder? da sind hier keine da! Rudi! Rudi! komm mit! ja! ok Rudi! so! wir haben unseren Rudi gefangen so Rudi komm mit! ah da bist du! so! Rudi! Rudi! ah da bist du! so! so! du kommst jetzt mit! wir gehen jetzt nach hause wir gehen jetzt nach hause bitte das Schwein hier fein! so! hier bekommst du sogar ein ja bekommst du sogar ein so! aber komm mit! mit komm mit! nicht stehen bleiben! wir haben ein Pferd das können wir zählen doch schon leider keinen Sattel und das verschwindet dass das das scharf so Rudi du kommst jetzt mal mit ins Haus los! sorry! oh! Rudi komm mit! Rudi! komm jetzt hier rein! oder komm hier hin! Rudi! komm hierher! du komm! du sollst hier rein kommen! na! oh Gott! so! Rudi! komm hier rein! Rudi! ah da bist du! so! ok! du! Rudi! Rudi! So, dann gehen wir mal schlafen. Und das war's dann für diesen Part. Wir sind uns dann das nächste Mal wieder. Alles klar, tschau.